Ich bin Simin Tander, ich bin Sängerin und Songschreiberin. Ich habe als Kind immer schon improvisiert, Geräusche nachgemacht, in manchen Stücken hört man es auch und vielleicht auch in der Fantasiesprache, in der ich manche Stücke singe, wo man auch diese Art von Melancholie oder Sehnsucht drin hört. Ich singe nicht nur heute Abend das erste Mal ein Stück auf Pashto, sondern ich spreche, singe diese Sprache überhaupt zum allerersten Mal. Das Stück, das ich singe, wäre das auch ein unglaublich poetischer Text. Es geht um Liebe, es geht um die Kraft des Positiven. Vielleicht reicht es zu wissen, worum es geht und vielleicht reicht auch der Klang der Worte für euch, um es zu verstehen. Musik 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 Musik